Hi, ich bin Florian Pferdegold und das ist unser Stand auf der Equitana 2023. Ich bin gerade bei Pferdegold. Hallo Leute, ich bin jetzt gerade bei Pferdegold. Meine Lieben, ich bin heute nochmal auf der Equitana. Hier bei dem Stand von Pferdegold natürlich. Ich bin gerade bei Pferdegold. Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.